Einen wunderschönen guten Morgen im Musik-Streaming-Zeitalter. Da zahlt man bekanntlich nicht für Musik, sondern man zahlt für den Zugriff auf Musik. Mir ist es das wert. Wer aber lieber die eigene MP3-Sammlung hört, der soll ebenfalls nach dem bequemen Überallzugriff verlangen. Ich tanze heute also der Frage hinterher, wie man sich sein eigenes Spotify, sein eigenes Apple Music, auf dem eigenen Computer aufsetzt und dann darauf von unterwegs aus zugreift. Vielen Dank.